Ich habe ein Kinderkochbuch von meiner Oma geschenkt bekommen und da gab es ein Hühnerfrikassee. Und lustigerweise, Kinderkochbuch, wurde dieses Hühnerfrikassee, das Huhn in Weißwein gedämpft. Dämpfen habe ich aber nicht verstanden. Kochen habe ich schon verstanden. Dämpfen habe ich nicht verstanden. Das heißt, das Huhn sollte nur angegossen werden mit Weißwein. Das habe ich aber nicht verstanden. Wie soll denn der Rest vom Huhn gar werden, wenn der nur ein Teil im Wasser liegt? Und da habe ich einfach die gesamten Weißweinvorrede meiner Eltern geplündert. Alles zusammen und das ist eines der besten... Das erklärt jetzt einiges natürlich. Und mir hat es dann auch nicht geschmeckt, aber meine Eltern waren auch völlig lustig am Tisch.